Okay, Toni. Und 30mR gegen Leona? Also da muss der Crew auf jeden Fall sitzen! 021 und äh... keine Armor. Ach doch, ein bisschen Armor. Du hast gesagt, ich soll mal direkt in Treuung nehmen. Gegen Leona! Wenn die jetzt hier drin warten, dann bist du einfach tot. Ich flashe aber, bevor ich in den Busch gehe. Einfach in den Busch reinflaschen. Wenn er einfach reingehen, regt rausflaschen, egal ob deiner ist. Nur geflasht einfach nur. Easy. Call up! Habt ihr eigentlich leider so in hier geschaut? Also ganz alles? Boah, get outtraded, man. Das Schild war süß. Das ist geplant! Guck mal, das Schild überlebt genau mit irgendwie 2 HP oder so. Ja, also wäre da nicht geplant. Das macht die Maeve halt im Game direkt. Wir wären ja so gereckt, oder? Hier? Ja, wir wären ziemlich halt gereckt. Bisschen aggressiv, wir spielen gegen einen Grunum. Jetzt musst du aber aufpassen. Warte, 1 zuerst, dann geh ich rein, okay? Nico, das war ein Arzt, guck mal mein Leben an. Ich wollte nicht den Grunum hinterher. What's so lost? Ach so, das bin ich ja D2, egal wie behind these riecht. Hm? Ach so. Ja du, aber nicht ich. Na Leona? Was geht da ab? Push mal. Push. Ja, die Gruppen sind ja machbar für die Irgo Team eigentlich. Also, es könnte schlimmer kommen, würde ich sagen. Die sind ziemlich bürdig. Die sind ziemlich bürdig. Ich bin der Fan, in Beria. Wer hat Beria? Fucking Beria! Why are you so no Beria? Aber Wayne Washington ist ja so ein YouTuber, oder? Was? Ich hab' den schon irgendwie oft gespielt. Ja, ich auch. Jetzt hat er. Zwei Potze, wir müssen aufpassen. Ich hab' richtig Angst vor der Leona, ne? Ich hab' dich gerne laut. Dann machst du laut Attack, wenn die auf mich spielt. Coolum. Äh, lau, ich hab' kein Wort, ne? Immer noch kein Wort. Und ein Shield. Ich hab' noch Exhaust. Wir können das eigentlich halten. Ja, pass auf. Ich wollte eh Top-Con-Demma, ich hab' meinen eh noch nicht gespielt. Du weißt, dass du eh Flash machen kannst? Ja, ich weiß, aber ich hatte mein... Jetzt am Ende wollte ich nicht, weil zuviel in mir ist. Ich wollte nur fragen. Ja, das weiß ich. Ich hab' nichts mehr zu flangen. Flay-Toxiker. Ja! Boah! Hast du das gesehen? Oh, wie deine Stimme einfach hoch geht. Hast du das gesehen, Toni? Toni, bitte sagt mir du hast das gesehen. Was ist? Ich hab's nicht gesehen Okay, also Leona steht hier Ich steh hier Karsix steht hier Ich condemn sie hieran Sie eht mich Sie springt zu Karsix Nice Ich hab noch hier Ich hab noch was Das Ramos ernst Dass er einfach weggeht Ich bin oben Den hab ich halt überrollt Ich bin gerade In the dark All is late The shadows are to be feared Come on Come on Come on On wings of night Beware I smell black magic Abgehoben So ein icon Brauche ich auch Einfach so Abgehoben I hear the innocent cry out I want kills Ich hab heal up Draven Draven dürfte kein'n hier haben Ne? The dark Should fear me Oh, mein Wort ist jetzt erst ab Und jetzt werden sie Ich bin schwäßt Und dann Wollen sie mich eigentlich nicht Und dann Wenn sie nicht können Hm? Draven hat nicht so null in Potential, oder was? Ja, Leona Bin ich alleine schon fast Nein Ja. 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 Ich hab gar nichts in dir. Und? Irgendwann double du, wenn du uns was auch hattest. Wohne schon. Jetzt gleich kannst du nacken. Okay. Ich bin nächst in Wave 6. Kann man jetzt eigentlich alles hier waschen. Alter. Bleib kämpfen. Ramos wird halt im Problem. Niko? Wie bronzer fühltest du dich gerade, als du sie den Nimi fährst in der Kamera? Ramos wird nur roten. Gib in 6. Schnellen sind die Schreiber. Die Schreiber sind die Schreiber. Mit den Schreiber sind die Schreiber sind. Ich bin 2. Die Schreiber sind die Schreiber. Der Schreiber ist die Schreiber. Oh, der Grulub. Grulub, du Greeny Bastard! Komm noch mal zurück. Er gibt's. Er hat dann keine Vision. Aber dass er die Una vor dir Level 6 gewonnen hat, hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist er halt back in the game. Jetzt hat er BF. Obwohl, ja, hat er, denke ich. Ich bin 3 und 3 Deer, aber in Slurklekleid, wenn ich rein bekomme ich dann Phenomen Games Deer. In the dark, all is laid bare. I pass judgment. Oh ja, der hat BF, weiß ich nicht. Mal schauen. Ich sag, ihm fehlt ganz knapp das Goldfilm BF. Der hat irgendwie so zwei Pick-Aggs und... Ah ne, hat BF, schade. Jetzt wird's lustig für dich. Das wäre halt ein richtig Sneaky-Gang, ne? Ich habe kein Fleisch, Leona, keine Wild. Oh, Farm, danke für die Info. Ich habe kein Fleisch, Leona, keine Wild. Ich habe kein Fleisch, Leona, keine Wild. Ich habe das, Leona, keine Wild. Ich habe das, Leona, keine Wild. Die Schäden sind die Gefühle. Ich habe keine Wild. Die Schäden sind alle, die Schäden sind. Ich habe keine Wild. Ich habe keine Wild. Ich habe keine Wild. Ich habe keine Wild. Ja, wir sind einfach echt nur Farmen, gucken ob wir vielleicht irgendwie die Ultra auswählen können, sonst können wir nichts machen, aber nicht, wenn einer von uns gestunt wird, der es tut. Ansonsten können wir hier nicht viel machen, der den Jinnreist hat, er ist die nur Farmen. Ich hab hier 32 Flash. Was ist das? Das ist halt echt neulich. Noi. Ich glaub, die könnten uns halt auch versalben, eigentlich. Der Dreckschirn tut schon in irgendwelchen Minions. Absicht. Wenn der Sechser kommt. Ich weiß halt nicht, ob wir hier allzu viel rumkennen könnten, ob wir da eigentlich auf andere reinstehen müssen. Wut der auf. Das war so dumm. Oh, das war so guter. Oh, das war so guter. Ja, ich hab's halt gerade dann. Und ich halt auf sein Tornado, mein Mann. Nee. Der Stein ist halt einfach schon mit deinen Legungen da dran, wie hätte er sich auch einfach tun können. Ja. Hab ich das eigentlich mit dem Tornado gerechnet, also ... The Dark should fear me. Ja, er hat einen Kill gekriegt, den ich ein Kill , war halt sogar worth it für ihn. Ja, aber er hat seinen, sagen wir so, er hat seinen Infinity nicht, ich hab meinen Blade. Ja, aber er verliert Farben, was er halt, ne? Ich weiß nicht, wie er auf das hat. Obwohl, ich glaub, er hat seinen Infinity. Kommt halt drauf an, wie viele Stacks er hat, ja. Oh, ich schreibe halt fast zu überleben, er gibt mir halt noch so einen Out Attack of Doom hinterher, ja. Of Doom? Doom ist auf dem Arm. Was hat er? Hat er Infinity wirklich fertig? Wow, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Überleg mal, er ist einfach 600 Gold ahead, ich bin 20 Farben vorne, er ist 600 Gold ahead. Er ist halt ein Golem. Er ist halt ein Golem. Wie geht's hier unserem Halo Player um, wie geht's gut? Ich hätte nicht den Toren noch decken können. Kommen wir nicht zu dir, Leona, sonst nicht. Da hab ich geschehen, hättest du nicht mal warten können. Aus Dex. Na 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 na. Hast du wieder Meadice? Natürlich. Ich hab früher immer Meadice-Gener gespielt, hätte mehr auf mir als ein Nick-Liner. Das ist echt nicht schlecht, wenn du Meadice-Gener eher ein Warnoliden stehst. Wenn das jetzt heißt, müsstest du komzieren oder was? Überleg mir mal, mit Arthrox Meadice holen. Niko? Ne, ne, ich will pushen und dann durch. Nein, das ist so ein Stack. Du hast jeden Stack, den du mir holen kannst. Ich glaube, der ist wirklich gut bei dem Arthrox. Nur vier. Ach, nur zwei. Nein, eine gute Voraussetzung, wenn du den Dread-Campagne. Ja. Okay, ich hab den Hattig. Cool. Okay. Nein, so ist der Stack. WTF hast du meine Maus gelassen? Ah! Niko? Niko? Neert. So kauf. Kauf dir mal lieber den Smirks nachher. Erst ziehen. Niko? Niko? Niko. 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 Genau das war Hunden auch. Ups, die war süß. Das war er nicht eh. Wie vorhin? Ich wollte vorhin mit Lucien ran ehen und Auto taggen, habe auch so gesehen zwischen E und R gedrückt und beides gemacht. Und konnte dich angreifen. Ich bin richtig fett. Nicht so fett wie du, aber... Hammer Spot. Nice, ein Stack mehr. Ja, 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 danke Toni, danke. Danke Toni. Okay, dann gehe ich wieder meine Goldanlage. Okay, dann brauche ich 60 Gold, fuck. Amos ist hier. Lass mal den großen hier machen. Die Maus ist schon wieder. Ja, die Maus kommt auch lang. Meine Hardware kommt langsam... Habt ihr gleich Hardware? Also meine Hardware kommt langsam in die Jahre. Glaube ich muss echt. Das ist glaube ich das erste, was ich hier von meinen 100.000 Euro, die ich hier pro Abend verdiene, gleich machen werde. Dass ich meine Hardware mal komplett aufrüste. Also PC, Maus, Tastatur, alles. Dass ich hier dann ordentliches Equipment am Start habe. Bildschirm ist eigentlich noch okay. Aber der Rest... Bildschirm und Headset sind okay, den Rest muss ich austauschen. Ja, natürlich. Ich meine, natürlich kann man halt mit scheiß Equipped mit Diamond One kommen, keine Frage. Ähm, aber es geht ja darum, das zu optimieren. Und das ist halt auch für den Stream halt, ne? Wenn ich, äh... Wenn ich so einen PC habe. Ich will halt echt gerne in 60 FPS streamen, weil das halt viel geiler aussieht einfach. Weil ich kann halt nicht in 60 FPS streamen, wenn ich nicht mehr mit 60 FPS spiele. Aber das ist halt echt mal... Das ist mein Hauptziel, was ich machen will. In 60 FPS streamen. Sicherstellen, dass ich halt nicht irgendwie 10 Sekunden Stand will zwischen den einzelnen Szenen habe. Also wenn ich die Szenen wechsle. Und halt selber auch flüssig spielen kann. Ich spiele jetzt mit 50 FPS. Damit kann man spielen. Aber ich würde halt viel lieber mit konstanten 60 und Plus spielen. Das kann ich halt nicht, weil sonst kann ich... Ich könnte halt mit 60 FPS wahrscheinlich spielen, wenn ich keine Musik an hätte. Also kein Chrome offen hätte. Aber dann könnte ich halt nicht mit euch schreiben. Wenn ich eure Nachrichten lesen. Und dann könnte ich halt auch keine Musik hören. Deswegen meine ich... Ich denke halt, ein besserer PC wäre halt die Stream Experience für uns alle. Du bist tot, Lea. Du bist tot, Lea. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Autotech-Flash, Alter. Oh mein Gott, war das so bad. Oh mein Gott. War das so bad. Einmal der klassische Flash-Tower-Attacken. Da wird halt Attack-Move zum Verhängnis. Ich hab geflasht Attack-Move und der Tower war näher drin als Atox. Deswegen habe ich den Tower angegriffen. Guter Spieler. Ah. Laissance, bitte. Laissance. Die Arimedze. Ich gehe jedes Mal mit der Farmer, wenn ich hier bin. Ich höre die innozente Kräste. F50 FPS gehen ja auch klar. Aber man spielt trotzdem mit 60 plus, 70 FPS so konstant. Es ist einfach besser. Es fühlt sich immer flüssiger an. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ja, wie gesagt, man kann völlig so spielen. Keine Frage. Aber es ist halt einfach angenehmer. Für euch und für mich. Und für mich. Für dich. Für mich ganz besonders. Für mich ganz besonders. Mhm. Das ist ja auch. Meins. Meins ja. Das ist Unsinn. Meins sind 180. Musst du wirklich gucken. Vergleich mal 30 FPS mit 60 FPS. Es gibt so eine Seite. Google einfach mal. Da steht da. Da hast du so nebeneinander zwei Footage von 30 FPS Spielen und 60 FPS. Spielen die exakte, die exakt gleiche Szene zweier Spiele. Einmal mit 30 FPS, einmal mit 60 FPS. Du siehst den Unterschied. Das ist wirklich so. Und ich merks ja hier auch grad. Ich dachte 60 kann man sehen. Ja, 60 ist es auch. 60 ungefähr. Ich merks ja hier auch grad. Guck mal, ich spiele mit 55 FPS. Es ist einfach nicht so flüssig. Es ist einfach ein Unterschied. Wenn du jemals einen Ego Shooter mit 30 FPS gespielt hast, dann weißt du was Augenkrebs ist. Nico bei Ego Shootern sehen. Nico bei Ego Shootern zu sehen. Das ist Augenkrebs. Ich mit 1 FPS. Ich mit 1 FPS. Nice. Heißt eigentlich. Dir schon. Das Auge sieht nicht mehr als heute, aber man hat immer noch ein Gehirn, was da mitmacht. Ja, das kann sein. Aber auf jeden Fall gibt es einen Unterschied von der Wahrnehmung zwischen 30 und 60 FPS. Das ist einfach so. Ja, wie gesagt, man kann auch völlig einwandfrei spielen mit unter 60 FPS. Also es geht ja nicht darum, dass man es nicht kann. Aber mit mehr ist es einfach angenehmer und einfacher. Es ist einfach so. Und... Warum sollte man sich unnötig... Oder was heißt unnötig? Aber warum sollte man sich schwerer machen, wenn man die Möglichkeit hat, das hier einfach noch zu machen? Ich habe hier gerade den Wolf gemacht. Der Wolf hat mich einfach eingesperrt. EIN Wolf! Ich konnte mich nicht bewegen. Das hört sich auch so neu. Easy. Caught that Scrap. Was geht top eigentlich ab? Patrick's mit... Erholung. Richtig schwerer Champ. Was sind diese Skillshots-Dings? Ich weiß. Alter. Was der eh gestunnt hat, war auch recht, oder? Ich finde, dass hier oben jemand gerecallt hat gerade eben. Ja, ich weiß. Ich glaube, Atox. Der macht aber auch nicht richtig. Ja. 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 Ich hasse immer so eine Chance, zu der man halt null Counterplay hat. Weißt du, so 60 Millionen in Movements wie Rammus. Da hat man halt nicht ganz so viel, was man eigentlich machen kann. Was ist das, glaube ich? Seht ihr mal unten? Habt ihr auch wahrscheinlich hier. V-Sync. Oh, wer mit V-Sync spielt, Alter. HFG. Der größte... Boah, nee. V-Sync. Wer ist denn? Damit guck ich direkt mal. War ich auf der EPS Summer? Nee, war ich nicht. Ja. Als Zuschauer. Static ist im Early einfach besser. Später wechselt man Static. Wenn man halt alles andere hat, dann wechselt man Static für Fat Punisher aus. Aber im Early ist Static einfach... Also, ich spür auch mit V-Sync. Dein Ernst? Nein. Der Unterschied ist meiner Meinung nach ziemlich groß. Aber wie gesagt, wenn man damit klar kommt, ist ja... Aber ich finde der Unterschied ist ziemlich groß. Ich glaube vor allem merkst du auch anders, andersherum den Unterschied. Wenn du halt... 60 FPS und dann mit 30 spielst, dann merkst du den Unterschied, denke ich, mehr als wenn du mit 30 hast und dann mit 60 spielst. Wenn du jetzt wieder zurückgehen würdest du zu 30, dann würdest du nicht klarkommen, denke ich. Bist du gut. Ich merk's ja jetzt hier einfach gerade, das Spiel ist immer viel weniger flüssig. Das fühlt sich immer viel abgehaktet an. Ehm, Nashorn? 0. Die haben Nash gemacht, ne? Waren noch alle tot? Ich würd mir echt QSS holen. Ben? Alter, was? Was ist diese Worts? Scarra hat angerufen, er will seine Worts zurück. Die pushen... Bitte. Pushen Mittel. Ah, hat er auch schon gehört. Was ist das? Die war alles. Die war alles. Das war immer. Was ist das? Was ist das? Das war alles. Ich habe auch ganz klar. Ich habe auch ganz klar. Ich habe die Wortschritte. Macht der Rutsch. Gegenteam eigentlich, also jetzt eigentlich. Ich halt irgendwie erwartet, dass Serath mehr Schaden macht. Ein guter Heal. Das sind einfach die Shields, aber deswegen älst du das nicht. Ich glaube, ich sollte Q-Mix, dann kann ich nicht mehr sagen. Kaiser. Kaiser? Ihr seid wohl um bist du, oder? Ne, warte, warte. Logic's Culum. War ja mal? Mhm. Ich glaube schon, ne, gamed. Gamed, weil das nicht... Und gamed, als gamed noch was war. Ah, der gute Item-Bild auch. Ja, ich will keinen Schaden machen. Aber trotzdem full Item-Bild haben. Das Schaden sollte mich bemerken. Wenn du Meta-Jams sammelst, dann kannst du deinen Win-Rate maximieren, dann geht der einfach mehr allround. Natürlich nicht. Ich muss das ja kurz aus. Ramus, Bliad. Wenn einem mal im Game-Sum hat mir schon Spaß. Auch nur dann. 16. Einfach so übelst so, übelst ewig so. 100 Auto-Attacks, 7x W geprogged, 50 Damage. Dann ist wenig Sinn. Ja wie gesagt, ich sag ja nicht, dass wir mit 30 FPS nicht zurecht kommen. Aber es ist wirklich einfach besser. 60 FPS, ich bin angenehmer, einfacher, flüssiger. Das ist einfach mystisch, dass du das schluss. Pay to win confirmed. Pay to win? Das ist ja wie wenn du bei einem Autorennen mit einem besseren Auto fährst. Naja, pay to win. Das ist ja zu akl. Du arme. Outliner. Wotley. Wotley. Oh, Weiss gönnt sich. Ne, ne, den werde ich sicherlich nicht machen. In der Mitte steht noch ein Tauber. Der könnte was machen, oder? Oh, blieb jetzt. Oh, ne, es sind drei. Die hätten wir halt locker stoppen können, wenn Weiss hier wäre. In the dark. All is laid bare. All is laid bare. In the rain. The shadows are not any human. Impure force. In the dark. In the dark side keen. Let's go. In the dark side keen. In the dark side keen. Gehre 14. Gehre 14. Gehre 14. Ist der Bug mit dem Auto-Tag eigentlich mal noch da, weiß ihr was? Keine Ahnung. Weiß wir jetzt nicht rein? Ja. Jetzt macht er doch der Rutsch. Entschuldigung. Die Lache, die passt. Die sollte ich nehmen, wenn irgendjemand erlägt. Ich bin für nix. Dann bemältet auch keiner mehr. Ne, die Lache läuft einfach konstant und wenn jemand so nältet, dann ist sie 3 Sekunden nicht. Dann stoppt sie für eine Minute, die Lache. In Respekt. Das haben wir auch nötig. Macht das Sinn auf Rechnung, wenn man nicht ADC spielt? Naja, du kannst halt auch mit Shift einfach. Wenn ich hier jetzt Shift-Rechst-Klick, hier, Shift-Rechst-Klick, ist auch Attack-Move. 300, go, Nashor ist ab. Ich bin auch echt nötig. Ja, Nashor ist ab, können wir nicht echt nötig machen. Ich bin auch echt nötig machen, ja. Alter, diese Pinks, man, ist gut. Beruhig dich. Danke. Bisschen mit Kha'Zix, Kha'Zix. Hallo, Kha'Zix? Bisschen mit Kha'Zix. Wäre halt einfach viel einfacher gewesen, wenn Kha'Zix gleich kommt. Wir können doch locker finishen, oder? Ich würde so, dass sie kommen. Und weiter. Ich habe zu viele Tasten, ich habe zu viele Tasten. Alter, ich wollte gerade Ghostblade benutzen und habe die QSS geused. Deswegen, drei Actors ist immer so cool. Deswegen spiele ich keine drei Actors, ja. Geht einfach nicht. Boah, wie cool die einfach alle sind. Geht einfach nicht. Geht einfach nicht. EZ.